Guten Tag, werse Gäste der Maison Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu diesem Manga-Gelaber. Heute sprechen wir über einen Manga, der mich in letzter Zeit, gerade im letzten Jahr, noch gegen Ende des letzten Jahres, sag ich mal, absolut mitgenommen hat. Und dementsprechend kann ich nicht anders, als ein Gelaber-Video darüber zu machen, über die ersten paar Kapitel, weil ich einfach ähnlich wie damals mit Attack on Titan, wo ich auch da ein Gelaber-Video gemacht habe, mit Vermutungen und so weiter, habe ich das Bedürfnis, das große, große Bedürfnis, über Made in Abyss zu sprechen. Ein Manga von Akihito Tsukushi und dieser Manga wird auch im deutschen Bereich von, oder wurde im deutschen Bereich von Ultraverse lizenziert. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es vier, wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video anhört oder schaut oder was auch immer, wird es wohl sein, dass wahrscheinlich Band 5 schon draußen ist. Wir reden heute speziell bis Kapitel 24, das heißt, jeder, der noch nicht den dritten Band beendet hat, kann hier eigentlich schon mal ausschalten, denn es passieren Dinge und ich finde Dinge, die man anderen nicht vorneweg nehmen sollte. Wenn ihr natürlich schon den ganzen Anime kennt, ist es natürlich in so einer gewissen Form egal, weil ihr dann wahrscheinlich schon, wahrscheinlich sogar noch mehr wisst als ich, logischerweise. Das Problem ist bloß, dass ich nicht weiß, wie der Anime aufgebaut ist, ich habe ihn nicht gesehen, dementsprechend weiß ich nicht, ob da was fehlt oder so. Wir versuchen es einfach mal. Und zwar, Made in Abyss. Also es ist ja einfach mal absolut fantastisch, was dieser Manga mit mir macht. Ich erkläre euch mal quasi so meinen Werdegang mit diesem Manga, meine Berührungspunkte. Ich habe mir damals Made in Abyss auf Englisch gekauft, ein bisschen aus Vorfreude und dachte so, yeah, jetzt gehst du da ran und dann, wie es meistens so ist, kamen andere Sachen dazwischen, dann habe ich den Manga irgendwie doch nicht gelesen und dann kam Ultraverse und hat den Manga nochmal lizenziert. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es den jetzt schon auf Deutsch gibt, unterstütze ich das auch, dass man so einen Manga auf Deutsch rausbringt. Zum einen eben wegen dem, ich sag mal, wegen dem Loli-Stil. Der Loli-Stil ist natürlich für manche Leute ein bisschen problematisch vom Thema her, da möchte ich aber gar nicht drauf eingehen. Für mich persönlich ist das immer relativ unrelevant. Ich habe auch schon genug Videos und Aussagen dazu, dem Thema Loli und Schota getätigt. Von daher ist das für mich einfach nur ein Stil. Klar kommen in Anführungsstrichen etwas... Entschuldigung, ich habe da mit der Zunge geschnalzt. Klar kommen da natürlich hier und da in Anführungsstrichen etwas fragwürdige Momente, die ich aber jetzt nicht so extrem schlimm oder groß erwähnenswert finde, weil irgendwie letzten Endes sind es halt alles irgendwie Kids und ich habe relativ wenig Probleme mit dem Inhalt tatsächlich. Der Humor ist hier und da manchmal so ein bisschen Pipi-Kacka, damit muss man irgendwie klarkommen, da steht der Manga-Kape wohl drauf. Aber das macht den Manga tatsächlich nicht kaputt, sondern zeigt irgendwie nur mehr, dass wir es halt immer noch mit Kindern zu tun haben. Und das finde ich irgendwie wiederum fantastisch. Auf jeden Fall ist das ein Manga, der mich wahnsinnig mitgenommen hat. Der erste Band ja fast schon penibel und fast schon wirklich langweilig war, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, lohnt sich die Reise. Und dann habe ich auf Twitter öfter mal hier und da Stimmen gehört, vor allem durch Ultraverse selber. Da, oh Gott, es tut mir leid, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, der männliche Part von Ultraverse auf jeden Fall, der ja öfter mal was über Made in Abyss postet. Der hat gesagt, oh mein Gott, ich bin gerade, ich habe gerade den japanischen Band Nummer 3 oder 4 vor mir, Alter, was da abgeht, krass, da könnt ihr euch drauf freuen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, gibst du dem Manga noch eine Chance. Holst du dir jetzt Band 2 und schaust du mal, was da sonst noch passiert. Warum fand ich Band 1 eher langweilig? Er hat zwar schon mal mit dem Worldbuilding wunderbar angefangen, fand ich auch alles klasse mit dem Abyss und mit der Aufteilung. Man hat schon mal die Karte gesehen, man hat Mysterien gehört sagen, um diesen Ort, um diesen unergründbaren Ort und hat quasi auch diese Pfeifen quasi, diese Rangordnung der Pfeifen quasi. Das klingt irgendwie auf Deutsch super bescheuert, wenn ich das sage, die Pfeife. Aber er hat so eine Rangordnung hergestellt. Man kriegt also mit, es existiert dort über diesem Abyss und auch im Abyss quasi eine Hierarchie, eine Rangordnung. Und genau, das hat man schon mal so weit mitgekriegt. Und dann hat man eben halt so ein bisschen die tragische Geschichte so leicht mitgekriegt von der Mutter von Rico. Und genau. Und dann ging es eigentlich so weit los. Sie haben sich dann getraut runter zu, oder wollten in den Abyss eben halt schon, haben sehr, sehr früh schon dieses riesige Monster da entdeckt, obwohl es eigentlich erst tiefere, tiefen Schichten leben soll. In tieferen, tiefen Schichten leben soll. Was ein Satz. Und das Problem war halt, dass das Viech irgendwie halt weiter höher geflogen ist. Was ich interessant finde, allein schon durch diesen Fluchaspekt, der dann später noch kommt, ist meine erste Frage auch schon gewesen, wie kann dieses Monster eigentlich diesen Fluch entgegenwirken, indem es einfach mal in höhere Gebiete fliegt. Weil das Viech kann ja auch fliegen. Obwohl ja der Fluch existiert. Und dann ist mir aber auch irgendwo aufgefallen, ich meine, also einer der Flüche ist ja, oder einer der schlimmsten, sag ich mal, Flüche ist, wenn man nach oben kommt, außer sehr, sehr viel aus einer großen, großen Tiefe, kann man ja, oder hat man die Möglichkeit, dass man nicht mehr als Mensch oben ankommt, sondern sehr monsterfiriziert, also entmenschlicht wird. Man sieht es dann auch an Mitty später. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das sind ja schon Monster, mehr für Mensch, also mehr entmenschlicht kann man gar nicht mehr werden. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ist das bei Monstern dann automatisch dann egal? Also die werden dann, die verwandeln sich dann nicht mehr. Aber was ist dann mit diesem Blut aus den Augen und so? Das fand ich dann immer so ein bisschen so, habe ich überlegt. Und dann gibt es ja noch die Theorie mit Nanachi, weil Nanachi ja sagt, ja, man kann diesen Fluch ja quasi sehen, wie so eine Art Decke, wie so ein Nebel, wie so ein Schleier. Und dann dementsprechend irgendwie um den Fluch herum gehen oder darauf achten. Also ich weiß nicht so ganz, wie das Monster machen irgendwie. Aber dieses eine Monster hat es ja scheinbar geschafft gehabt. Das war schon die erste Frage, die ich mich dann nach Band 3 gestellt habe. Das andere war halt, um erst nochmal auf Band 1 zurückzukommen per se, ich fand es halt nicht so super spannend. Es war so, es versuchte ein bisschen einen auf Abenteuer zu machen, aber da kennt man Besseres. Da kennt man Abenteuer, vom Abenteuerfeeling hat es mich nicht gepackt. Ich fand den Ort interessant, Mystery und so weiter, alles gut. Der Adventure-Aspekt, den fand ich ein bisschen schwach. Das heißt aber auch, dass im Anime der Abenteueraspekt wesentlich besser und mehr thematisiert wird als im Manga. Da dachte ich natürlich am Anfang irgendwo, okay, schade, vielleicht ist der Anime sogar besser als der Manga. Und dann ist mir aber später nach Band 3 aufgefallen, hier geht es gar nicht wirklich um das Abenteuer. Hier geht es gar nicht wirklich um das Abenteuer. Das Abenteuer ist nur, ist nur wie ein Vorwand, ein Vorwand, um eben halt ein Ziel zu setzen, dass man dort unten, ganz unten im Abyss landet, wo noch kaum einer war und auch kaum einer mehr zurückgekommen ist. Und ja, und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie faszinierend, weil der Abenteueraspekt, da runterzukommen, ist halt, wie gesagt, ein Vorwand, um eigentlich tiefere Geschichten und Aspekte einer Gesellschaft anzudeuten. und das fand ich irgendwie faszinierend. Man kennt ja, man kennt ja die Geschichte, dass zum Beispiel Ozen nur noch ganz, ganz selten, oder ich glaube gar nicht mehr, ans Tageslicht kommt. Die ist da quasi Chefin in diesem einen Zwischengebiet, wo sie quasi die Leute abfangen, die dann runterkommen und die meisten vertragen kein Sonnenlicht mehr, weil sie schon so lange da unten sind und jada, jada, jada. Und bei Ozen ist einem ja auch aufgefallen, also nicht nur, dass sie sich durch solche Relikte irgendwie so super mega übermenschlich aufgepowert hat, sondern sie hat auch so eine leicht creepy Moments immer mit ihrer Darstellung. Also ich glaube auch nicht, dass sie einfach so dargestellt wird, weil sie vielleicht ein bisschen ein merkwürdiger Mensch ist, sondern ich glaube einfach, sie wurde so dargestellt, weil sie kein Mensch mehr wirklich ist. Man weiß auch noch nicht so ganz, es heißt ja immer, sie hat so eine merkwürdige Haarfrisur und sie sagt, mit dem Alter oder mit der Zeit, die man hier im Ablös verbringt, da kommen halt Stellen ans Licht und die möchte sie da irgendwie verdecken und dann dachte ich erst in erster Linie, okay, sie ist vielleicht eine Frau und sie möchte ein bisschen auf ihre Haut oder ihre Schönheit achten, weil sie hat ja, das sieht dann wahrscheinlich mega dumm aus, wenn da auf einmal kahle Stellen sind am Kopf und dann aber durch diese ganzen creepy Moments mit Ozen ist mir aufgefallen, nee, 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 die ist ja auch wahrscheinlich mehrmals durch diesen Fluch gewandert, weil sie war ja scheinbar, so wie es zumindest mit den ganzen Rückblicken auf sich hat, war sie ja scheinbar schon mal unten, also ich weiß nicht, ob das ganz unten bedeuten soll oder irgendwie ansatzweise ganz unten, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo genau sie jetzt eigentlich war, aber sie ist ja auf jeden Fall wesentlich weiter unten gewesen und ist dann wieder dort hoch und sie ist auch mal komplett hoch und man sieht es auch in einem Flashback, heißt das so, in einer Rückblende, dass sie ja mit, oh Gott, Lyra hieß sie, oder? Die Mutter von Rico, die habe ich gerade nicht mehr im Kopf, oder Lysa, Lysa war das, glaube ich, egal, auf jeden Fall, wie die zwei ja oben waren und sie, also Ozen hat ja auch die vermeintlich tote Rico im Abyss wiederbelebt in diesem Kasten, was auch eine creepy Scheiße war und dann quasi als totgeborenes Kind wiederbelebt und hochgetragen in diesem Kasten und dementsprechend war sie halt oben, was mich halt so fasziniert daran ist, also irgendwie muss sie es ja geschafft haben, sich an diesen Fluch zu gewöhnen, aber es heißt ja, dass man entmenschlicht wird und ich finde ja, das kommt vom Aspekt her ganz gut auf die zu, also so wie die teilweise dargestellt wird mit diesem wirklich, diese creepy Moments, also das ist schon eine Form von Entmenschlicht sein, weil so schaut und agiert eigentlich kein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch und vielleicht steckt auch unter ihrer komischen Haarfrisur da noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Mutationen oder sowas, die nicht weggekommen sind, also so ähnlich wie irgendwas Absurdes wie bei Mitty, wo man halt wirklich gar nichts mehr erkennt und, ähm, ja, und das war, war so eine Vermutung von mir, dass diese ganzen Weißpfeifen einfach, ähm, schon eigentlich fast, fast bis gar keine Menschen mehr eigentlich sind, sondern eigentlich eigene Lebewesen vom Abyss durch den Fluch erschaffen, ähm, natürlich sind die wohl die stärksten und dementsprechend durch diesen ganzen Auf- und Abstieg durch den Fluch und was sie da alles erlebt haben im Abyss, sind die natürlich stärker, also quasi so nach diesem typischen Shonen-Superpower-Prinzip, ähm, aber gleichzeitig habe ich auch einfach das Gefühl, dass sie Monster sind, das, ähm, kriegt man ja eigentlich auch vor allem mental ganz gut mit, ähm, was, ähm, der, der Bösewicht, sag ich mal, der, der Bösewicht von Band 3, also von der Vergangenheit zumindestens, ähm, der wird wahrscheinlich in Band 4 oder so, in späteren Bänden, der neue Gegner oder Haupt, äh, das neue Hauptthema, aber es gibt einen, ähm, einen Typen, der wird dann auch, ähm, später so leicht im Schatten gezeigt, der hat so eine schwarze Maske, ist auch eine Weißpfeife und, ähm, der hat hinten so ein, wie so ein, wie so ein Echsenschwanz oder sowas, hat man da zumindest, habe ich zumindestens gemeint, habe ich gesehen und, ähm, was ja auch wieder irgendwie für die, für die Theorie spricht, dass, ähm, also er wird wahrscheinlich eine Maske tragen, weil er unten drunter einfach nicht mehr aussieht wie ein Mensch, absolut wahrscheinlich gar nicht mehr, total entstellt und, und vermutiert und weiß der Geier und hinten hat er einen Echsenschwanz bekommen, was auch wieder für dieses Entmenschlichen steht. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall und, ähm, dem sein Mindset ist ja sowieso krank, ähm, wo wir jetzt auf die, quasi auf, wo wir jetzt quasi auf diese sozialen Aspekte kommen, ähm, auf diese gesellschaftlichen Aspekte, weil das finde ich nämlich unfassbar faszinierend und gleichzeitig auch natürlich einer der schlimmsten Ereignisse in Band 3. Ähm, wie gesagt, was in Band 1 noch so ein bisschen harmlos war, Band 2 so langsam gezeigt hat, okay, ähm, Made in Abyss ist, A, nichts für kleine Kinder, auch wenn es knuffig und, äh, süß am Anfang wirkt und ein bisschen abenteuerlich, es ist nichts für kleine Kinder und es dreht sich um viel mehr als nur dieses, hey, wir haben jetzt ein lustiges Abenteuer und so, es dreht sich darum, dass einiges mit diesem Abyss nicht in Ordnung ist, dass dieser Abyss Monster erschafft oder Menschen zu Monstern mutieren lässt, was natürlich auch die Frage aufwirft, ob diese ganzen Monster, die man im Abyss sieht, ähm, teilweise nicht vielleicht auch mal Menschen waren, die in den Abyss gewandert sind, vielleicht vor, ja, Jahrhunderttausenden oder was auch immer, man weiß ja, ich glaube ich aktuell auch nicht, wie lange der Abyss steht, ich glaube doch, es wurde irgendwann mal erwähnt, aber, ähm, vielleicht gab es so eine alte Zivilisation, die sich den, die sich dem Abyss angenommen hat und, äh, der Abyss hat sich dann diese alten Zivilisation angenommen, wenn ihr versteht, was ich meine, ist nur eine Vermutung, ähm, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, das ist ja so, ähm, dieser Bösewicht, den wir jetzt da bald, äh, wahrscheinlich mehr zu Gesicht, äh, kommen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Echsenmann, Echsenmann mit Maske, ähm, der hat ja quasi so mehr oder minder ein Ding gemacht, was es schon hier und da durchaus im, im echten Leben gab, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ich kann euch jetzt kein geschichtliches Event oder so dazu nennen, ähm, ich denke auch, viele Sachen wurden oft auch, ähm, sag ich mal, in schwarzen Zahlen geschrieben, sprich, man hat es nicht wirklich veröffentlicht, oder, äh, damals, äh, quasi verheimlicht, ähm, auf jeden Fall hat er ja quasi so den, den, in Anführungsstrichen, Müll, den Müll oben aus dem, aus dem, aus der Ortschaft vom Abyss, ähm, sich gesammelt, das waren lauter Kinder, Kinder ohne, ähm, also Waisenkinder, Kinder ohne Familie, ähm, oder Kinder, die einfach, äh, ja, also einfach, egal aus welchem Grund, einfach keine Familie mehr haben, und es sind ja arme Kinder, da sollte man sich theoretisch ja um die kümmern, und das macht ja zum Beispiel der eine, oder, das macht ja diese eine Organisation, wo auch Rico und, äh, Rec später, ähm, dementsprechend, wie soll ich sagen, dementsprechend, ähm, ähm, sind, und eigentlich ganz sich wohlfühlen, und so weiter, ähm, da ist es so, der hat dann quasi diese Unschuld der Kinder, dieses Nichtwissen, diese Unwissenheit der Kinder ausgenutzt, gnadenlos, und hat gesagt, ey, ihr könnt eine super Hilfe für euer Land, oder für eure Stadt sein, ähm, und, ähm, ihr kriegt immer hier Essen, und euch wird es gut gehen, und so weiter, und so fort, und letzten Endes tut er ja, äh, Nanachi, also die damalige Nanachi, und, äh, äh, Mithi unter anderem, ähm, die sich ja dort kennenlernen, ähm, und an, und ich glaube irgendwie, was weiß ich, 20, 30 andere Kinder, ähm, für Tests missbrauchen, weil in seinen Augen, ähm, sind die einfach wichtig für Tests, die er machen möchte, mit dem Abyss, er möchte da ein Rätsel lösen, er möchte da irgendwie eine neue Revolution schaffen damit, ähm, was genau, weiß ich nicht, das wurde jetzt nicht genau, äh, thematisiert, aber er macht auf jeden Fall, ähm, Tests, ähm, und diese Tests bestehen halt daraus zu gucken, ich schicke die Kinder runter, sehr, sehr weit runter, und, ähm, wenn sie wieder oben sind, schaue ich einfach so nach dem Motto, was aus den Kindern geworden ist, ähm, manche über, äh, schaffen es ja irgendwie zu überleben, und verändern sich nur leicht, wie zum Beispiel Nanachi, andere wiederum, ähm, trifft dieser Fluch so extrem, dass sie einfach nur noch wie, wie ein Haufen Schleim auf dem Boden total entstellt, wie, äh, Mitty, ähm, sind, zumal er ja auch diese komischen, äh, Flaschenzüge da, ähm, erfunden hat, äh, wo die sich reinstellen, diese Kapseln, und wohl in einer Kapsel von den beiden setzt sich der Fluch am meisten an, und da kommt dann auch dementsprechend immer dieses Kind raus, wo komplett entstellt und kaputt ist, aber gleichzeitig, diese Kinder, die dann, äh, komplett entstellt und kaputt waren, ähm, haben wiederum den, in Anführungsstrichen, Vorteil, für sie ist es kein Vorteil, weil sie wohl Schmerzen haben, und die immer haben, und dadurch, ähm, das Problem ist, dass sie unsterblich sind, das heißt, dieser, ähm, Ex-Mann mit Maske hat, ähm, eine, wie, wie eine Reihe an Lampen bei sich, wie, wie so, wie halt so ein Wissenschaftler, der mit, einfach mit Kindern, mit normalen Kindern, schlimme, ähm, äh, schlimme wissenschaftliche Experimente macht, einfach nur, weil sie in seinen Augen eh Abfall sind, halt, äh, einfach eh Müll, die werden eh so, so oder so irgendwann auf der Straße verreckt, ähm, da kann man das doch mal machen, so wirkt es aus auf mich zumindest, aber auf jeden Fall tut erst, und von Heiser schon mal das Arschloch der Nation, ähm, allein schon wegen der Geschichte mit Nanachi und Mitty, die mich unfassbar, unfassbar weggehauen hat, ich hab wirklich Pause machen müssen nach dem Band, nach dem dritten, weil, das mich einfach emotional so mitgenommen hat, das war so ein Rollercoaster, ähm, mit dieser ganzen Geschichte vorher mit Rekko und Rico, ähm, wo ich, äh, sowieso schon an meiner Grenze war, mit dem Armbrechen und dem Gift und der dicken Hand und dem Blut aus den Augen, wo du dann gedacht hast, holy shit, wow, das ist krass, das, äh, zeigt mal richtig, wie übel dieser Fluch ist und, ähm, zeigt erst mal, ähm, warum auch die Erwachsenen oben, ähm, so, 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 bedacht waren und gesagt haben, nee, 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 ihr, ihr kommt da, bevor ihr so und so gewisse Pfeifenrang habt, kommt ihr da nicht runter und das, äh, war ja zu Recht, ne, zu absolut zu Recht, und, ähm, genau, und das, ähm, im Groben wollte ich das, glaube ich, mal erwähnt haben, genau, ähm, jetzt war noch eine, eine Sache, die natürlich die ganze Zeit bei mir im Kopf auftaucht und zwar, Rek kriegt immer wieder so Flashbacks, dass er scheinbar schon mal da war und vielleicht Lysa sogar kannte und vielleicht Ozin sogar kannte, ich weiß es nicht, weil Ozin sagt am Ende quasi, wo die zwei weg sind, ähm, ich hätte, ich hätte vielleicht noch etwas warten sollen, bis er seine Erinnerungen wieder hat und dann, naja, und da frage ich mich natürlich, was da jetzt in Zukunft noch passiert, welche Erinnerungen wird Rek haben und so weiter, das sind natürlich Fragen, die man sich stellen kann, aber kein, nicht wirklich eine Antwort drauf hat, aber eine Sache möchte ich quasi, quasi loswerden, eine Aussage, und zwar, Rek ist ja wirklich eigentlich ein, ein Roboter, ein, 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 ein Wesen, das zwar fleischliche Hülle hat und so weiter wie ein Mensch, aber eigentlich komplett aus, aus, äh, ja, Mechanik besteht, würde ich jetzt mal sagen, aber so gesehen hat man auch noch nicht viel gesehen, außer, dass er seine Arme so ab, äh, mit so Seilen quasi, interaktmäßig, äh, abschießen kann und diesen Mega, ähm, Kanonenstrahl, Energiebeam, baps, machen kann, ähm, hat man eigentlich noch nicht, nichts gesehen, also, dass er irgendwie Schrauben oder irgendwelche, irgend sonstiges in sich hat, meine ich zumindestens, ähm, oder doch war das nicht am, oh, doch, jetzt, jetzt muss ich überlegen, es war doch am Anfang, glaube ich, hat man ihn, glaube ich, ein bisschen detaillierter gesehen, dass es eine Maschine ist, oder? Ganz, ganz am Anfang, wo auf diesem Thron da saß oder sowas, auf diesem Stuhl, ähm, oh Gott, da bin ich, äh, ich bin schon wieder raus, mein, mein Gehirn wird nicht mehr, wird nicht, ist nicht mehr das Beste, ähm, ich doch, aber ich meine, irgendwie hat man da was gesehen, egal, es geht aber auf jeden Fall, äh, ähm, dass hier eigentlich, so, ähm, eine Entmenschlichung, wie auch man das nennen soll, dieser Prozess, jemand, einen Menschen quasi, nicht mehr zu einem Menschen zu machen, vom Abyss, ähm, finde ich ja interessant, es werden ja meist, oder überwiegend scheinbar, Monster, oder sehr mutierte Menschen, sage ich mal, und, ähm, das Interessante finde ich ja, dass er eine Maschine ist, und eine Maschine ist eigentlich auch eine Form von, äh, Entmenschlichen, weil letzten Endes, ähm, ja, ich sag mal, bei ihm ist zwar noch ein Herz da, also er hat noch, er hat noch Mitgefühl und, und, Beschützerinstinkt und all, all das, er weint, er lacht, er kann irgendwie alles, von daher ist er noch sehr menschlich, aber innerlich ist er wohl scheinbar eine Maschine, und da habe ich auch überlegt, kann, kann ein Fluch einen auch zu einer Maschine machen, oder haben wir es mit, mit diesem, vielleicht mit diesem alten Volk zu tun, das ganz, ganz unten im Abyss lebt, und, und vielleicht sich umgebaut hat zu Maschinen, um dem Fluch einfach standzuhalten, dann ist aber wiederum die Frage, warum die nicht ganz, warum die nicht, oder nie hochkommen, weil das wäre ja, das wäre ja irgendwie, regnen wir das erste Mal, dass das irgendwann mal passiert wäre, und das wäre ja auch irgendwie wieder, das wäre ja auch wieder merkwürdig, also so ganz steige ich da natürlich nicht durch, ist natürlich auch gut so, dass der Mystery Aspekt soll ja noch gegeben sein, ähm, ich wollte aber einfach mal über diese drei Bände reden, ich fand es absolut fantastisch, ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, und, so entsetzt, und schockiert, von diesen drei Bänden jetzt dann letzten Endes geworden bin, desto, ähm, erfreuter bin ich doch über diesen Aspekt, dass wir A so einen Manga hier haben, äh, in Deutschland, der einfach, viele, ich sag mal, Kontroversen ineinander verbindet, aber, dass, dass wir Deutschen dann doch noch ein bisschen, sag ich mal, äh, damit lockerer umgehen teilweise, wie jetzt zum Beispiel, die, die, äh, die Amerikaner, ähm, in dem Falle zum Beispiel, weil, wenn man da als Dinge liest, ähm, ich mein, Goblin Slayer zum Beispiel kam bei uns, auch ganz, eigentlich relativ normal an, würde ich mal behaupten, und in Amerika war das ja ein kompletter, ein kompletter Shitstorm gleich, und, ähm, da haben sich ja Leute zum Beispiel auf den Manga gestützt, die eigentlich sonst keine Manga lesen, wo ich mir dann so denke, so what, jetzt kommst du auf einmal her, und, ähm, aber, ähm, das ist, in Deutschland finde ich gar nicht, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen stolz drauf, so, dass wir, dass wir da noch irgendwie Realität von Fiktion unterscheiden können, und das finde ich, das finde ich eine sehr, sehr wichtige, äh, Message, ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiger, äh, Ansatz, den wir beibehalten sollten, ähm, weil, alles andere einfach Quatsch ist, es ist auch vergeudete Zeit, das sind Diskussionen, die, wenn man die querliest im Internet, denkt man sich so, die haben mir jetzt einfach nur die Zeit geraubt, und die bringen keinen weiter, und der eine steht auf der einen Seite, der andere steht auf der anderen Seite, und es passiert einfach nichts, und die Leute, äh, sprechen und diskutieren sich zu Tode, ich finde es okay, wenn man diskutiert und so weiter, aber ich finde, irgendwo hat es dann auch Grenzen, und wenn man bemerkt, dass einfach nichts mehr passiert, in dieser Hinsicht, ähm, let it go, würde ich sagen, und, ähm, genau, das wollte ich einfach nur nochmal zum Abschluss machen, also ich bin sehr stolz, ich bin, äh, Altraverse sehr dankbar, dass sie das so publiziert haben, auch, dass sie Marketing machen, das finde ich auch sehr wichtig, dass sie dem einen oder anderen Manga mehr Marketing, ähm, gönnen, sodass man auch mal drauf aufmerksam wird, weil, ähm, ich hätte eine Zeit lang wirklich Made in the Abyss, ja, in den Abyss geschoben, ähm, und, äh, das wäre für sehr, sehr lange Zeit wahrscheinlich weg und aus meinem Kopf und dadurch, dass es halt wieder promotet wurde, habe ich gedacht so, okay, geil, ey, das muss ich jetzt mal ausprobieren und ich bin so überrascht und positiv überrascht. Es ist, es gibt schreckliche Momente, äh, das möchte ich, äh, überhaupt nicht schön reden in der Hinsicht, aber ich finde es einfach wiederum fantastisch, dass es diese schrecklichen Momente in so einem Manga existieren, existieren, dass wir die haben, dass es okay ist, dass es erlaubt ist und dass es auch, einen ein bisschen zum Nachdenken bringt. Ich finde das unfassbar gut, wie ich jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde über diesen Manga, über drei Bände dieses Manga quasi gesprochen habe, weil es mich einfach so einnimmt und es irgendwie raus muss. Ich muss, ich muss jetzt irgendwie darüber reden. Ich muss irgendwie darüber reden. Das war so traumatisch. also, ich finde es ja fast schon, also, das in einem, in einem Aspekt zu sagen, ja, komm mal her, hierher, mein Zwölfjähriger, lest das mal. Ähm, wenn es mich als Erwachsener so derbe mitnimmt, ähm, finde ich schon ein bisschen, bisschen heftig, aber gut, das kann ja jeder dann für sich entscheiden oder jedes Kind für sich entscheiden, wenn es liest. Für Kinder würde ich es jetzt nicht unbedingt, nehmen, aber meine Fresse habe ich Rotz und Wasser geheult bei Mithi und Nanachi bei dem Ende. Holy shit, das hat mich so fertig gemacht. Erst Rico und Rec, ähm, mit dem Fluch, was schon schlimm genug war, mit dem Arm brechen und so. Aua, 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 mich hat's, mir hat, bei mir hat's alles zusammengezogen. Aber dann diese Geschichte mit, ähm, Mithi, oh man, ey, am Anfang habe ich noch richtig gedacht, oh Gott, Mithi, ey, boah, alter Creepy Viech und so. Und dann kriegt Mithi ne, erstens mal ne sehr sanfte Persönlichkeit, auch wenn es nicht wirklich sprechen kann. Und dann, ähm, auch noch so ein, so ein Hintergrund, so ne Vergangenheitsgeschichte und, ey, da war's, da war's bei mir fertig, da war's bei mir echt fertig. Aber absolut genial. Ich freue mich auf die nächsten Bände. Mal schauen, wie weit der Manga noch geht. Ich habe ja das Gefühl, dadurch, dass die relativ, wenn man den Abyss mal anguckt, relativ rushen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was der Manga K4 hat. Will er schnell irgendwie, äh, den Manga, also so, sagen wir mal, in schnelleren, ähm, Etappen durchziehen? Oder gibt es irgendwann nochmal eine längere Phase, wo sie wieder ganz oben sind? Vielleicht auch, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass, ähm, die ganzen Charaktere wachsen, dass sie einen Timeskip vielleicht bekommen, mh? Und, ähm, dass es dann mit erwachsenen Charakteren weitergehen wird. Wäre auch faszinierend zu sehen, weil, ähm, Ozen hat auch eine lange Zeit hinter sich, eine, glaube ich, sehr lange Zeit sogar. Ist, ist sie so, so gesehen dann nicht einfach auch nahezu, äh, unsterblich? Oder zumindestens, der Abyss, äh, hat ja, glaube ich, auch eine andere Art von, ähm, also man sagt ja, man soll nie zu tief in den Abyss steigen, weil dort unten die Zeit anders ist, weil wenn du ein paar Stunden, ne, paar Tage oder Wochen unten bist, kann es sein, dass oben Jahre vergangen sind, so irgendwie, das ist ganz absurd, ähm, das ist natürlich krass, auf der einen Seite, ähm, aber ich wollte noch irgendwas sagen zum Abschluss, ich wollte noch irgendwas thematisieren, es fällt mir bloß grad nicht mehr ein. Doch, genau, ähm, dieser Kriegsaspekt wurde ja auch gebracht, das heißt, dieses Land, und man weiß nicht, ob die in einem Krieg sind, also außerhalb, das ist ja dieser große, der Abyss, wo diese Stadt oben ist, quasi, also oben in Anführungsstrichen, und, ähm, außenrum weiß man ja nicht, was da sind, da sind auf jeden Fall Königreiche und es wird auf jeden Fall Handel betrieben mit diesen Relikten, die da gefunden werden. Das ist so der Hauptbestandteil und der Hauptsinn dieser Stadt an diesem Abyss, Leute auszubilden, die da runtergehen, die pfeifen werden und, ähm, Relikte finden, aus alten Zeiten. Und diese Relikte sind teilweise so mächtig, wie man zum Beispiel an diesen Steinen sieht, die sich Ozen in die Haut, äh, rein, ähm, transplantiert hat, ähm, weil die ja zum Beispiel übermenschliche Kräfte entwickeln. Und, ähm, viele, ähm, Relikte werden erst gar nicht an die Oberfläche getragen, weil die Kriege entscheiden können. Das heißt, die könnten auch Kriege auslösen, dementsprechend. Und, ähm, das ist dann halt schon irgendwie auch so ein, so ein kleiner politischer Ansatz, der dann auch da schon reinkommt. Das heißt, es wird ganz wohl bedacht, was an die Öffentlichkeit kommt, an Relikten und alle anderen Relikte, die potenziell gefährlich werden können, die eine Waffe darstellen können und so weiter oder dementsprechend vielleicht im Krieg unfassbar aushelfen können, die werden nicht veröffentlicht und vielleicht auch gar nicht wirklich groß, ähm, äh, bewahrt oder sowas, sondern einfach wieder im Abyss irgendwo untergebracht, damit die, in Anführungsstrichen, potenziellen Gegner außerhalb da keinen Zugriff drauf haben. Und somit finde ich es ja eigentlich fast schon interessant, weil dadurch, dass dieses Städtchen, was diese wohl sehr krassen, ähm, Relikte besitzt, kann eigentlich, sag ich mal, nach einem, nach einer gewissen Zeit an Sammeln dieser besonderen Relikte eigentlich die Weltherrschaft anstreben. oder irgendeiner könnte es vorhaben, von den Weißpfeifen zum Beispiel, ne, also, nur mal so, das ist sowas, was mir auch so noch in den Kopf gekommen ist, weil ich denke, dieser Aspekt, ähm, mit diesem, ähm, also, das wurde ja von Osen, glaube ich, bestätigt oder erwähnt, dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt nicht nur einfach so ein nebenbeiläufiger Aussage, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil warum sollte sie das jetzt in diesem Moment sagen, und, ähm, aber es wurde ja nur beiläufig erstmal erwähnt, und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, und, ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch mitteilen. Dann, ähm, würde ich einfach mal sagen, beenden wir es, lassen wir es hier mal bei, ich danke euch, ähm, dass ihr mir zugehört habt, dass, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, ähm, genau, wenn ihr Interesse habt, natürlich gibt es noch jede Menge anderen Kram auf diesem Kanal, könnt ihr euch querlesen, gucken, was auch immer. In diesem Sinne, gehabt euch Wohl, ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Mesa Manga, ich bin der René, und ich sage wieder einmal Tau. Bye, bye. 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 Bye.